Du hörst immer wieder von diesem neuen Trend, School Communities. Überall werden sie als nächste große Business-Revolution verkaufst, der einfache Weg, um Online-Geld zu verdienen. Die Versprechen klingen verlockend. Jeden Monat passives Einkommen, ohne dass du viel dafür tun musst. Doch tief im Innern fragst du dich jetzt, ist das wirklich der nächste Weg zum Erfolg oder ist es einfach nur ein Shiny-Object-Syndrom, ein Trend, das vom Wesentlichen eigentlich nur ablenkt. Nach diesem Video weißt du ganz genau, ob und wann es dich lohnt, eine School-Community aufzubauen. Du wirst in der Lage sein, von dir deine Entscheidungen zu treffen und vermeidest eventuell den unnötigen Hype, der dich vielleicht von deinen eigentlichen Zielen einfach nur ablenkt. Hi, mein Name ist Marco Corallo, der Gründer von GrowthMarketer und wir helfen Coaches, Beratern und Experten dabei, durch Growth-Marketing online schneller zu wachsen. In diesem Video werfen wir einfach mal einen kritischen Blick auf School-Communities. Sind sie wirklich der nächste heilige Gral im Online-Business oder ist es einfach nur ein weiteres Shiny-Object? Heute erfährst du, was dahinter steckt, was hinter diesem Heilig steckt, was hinter School-Communities generell steckt, warum es für manche Menschen ein Erfolgsgarant sein wird und sein kann und warum es für andere Menschen eventuell einfach nur eine Ablenkung ist. Ich zeige dir, wann es sinnvoll ist, eine solche Community zu starten und wann es besser ist, die Finger davon zu lassen. Deshalb bleib jetzt bis zum Ende dran, um herauszufinden, ob dieser Trend für dich der richtige ist. Und fangen wir mal ganz kurz an mit einer kleinen Geschichte. Vor einiger Zeit waren Facebook-Gruppen absoluter Hype. Jeder wollte unbedingt eine haben. Es gab Facebook-Gruppen-Strategien, um das Ganze aufzusetzen. Später kamen Plattformen hinzu wie Slack, Discord oder Telegram, die für den Aufbau von Communities genutzt wurden. Wir haben ehrlich gesagt selber, wir haben eine Telegram-Community, wir haben aber auch mal überlegt, mit Slack eine Community aufzubauen und alles drum und dran. Jetzt sorgt School für Aufsehen. School gibt es schon ein paar Jahre, ehrlicherweise ein Sneak-Peak. Wir haben School auch schon im Jahr 2022 genutzt. Diese Plattform wurde damals von Sam Owens gegründet, einem der erfolgreichsten Unternehmer, der bereits schon Consulting.com online großen Erfolg hatte. Mittlerweile brandneu hinzugekommen ist Adex Samosi, der Co-Founder. Er ist natürlich mit Acquisition.com sinnvoll dort und strategisch eingekauft hat, der unter anderem für die Bücher bekannt ist, sich jetzt hier oben einblende. School wird als der nächste Durchbruch im Bereich Online-Communities angepriesen. Aber sind School-Communities wirklich der nächste heilige Gral? Und ich habe mir diese Frage auch gestellt, besonders nachdem ich gesehen habe, wie einige meiner Kollegen damit große Erfolge feiern konnten und andere kaum Fuß fassen konnten. Und auch wir sind Fans von Abo-Produkten, weshalb es schon sehr interessant war, wieder School-Communities zu nutzen. So, School-Communities könnten das fehlende Puzzleteil sein, das den Erfolg deines Unternehmens auf das nächste Level hebt. Aber das geht nicht für jeden. Für einige Unternehmer könnten sie der entscheidende Durchbruch sein, während für andere es einfach nur eine riesige Ablenkung darstellt oder einfach nur eine Prokrastination, weil man wieder denkt, in dieser neuen Möglichkeit gibt es etwas Einfacheres, etwas Besseres, was mich endlich zu meinem Erfolg bringt. Aber ehrlich gesagt, wenn du von Grund auf kein Erfolgsmindset hast, keine Erfolgs-DNA hast, wird es auch mit School-Communities schwierig. Aber grundsätzlich, woran liegt das, dass einige erfolgreich sind und andere nicht? Lass uns da mal genauer hinschauen. So, jetzt stell dir einmal vor, du startest eine School-Community ohne große Reichweite und ohne engagierte Zielgruppe. Klingt erstmal spannend, aber ehrlich gesagt ist meiner Erfahrung nach das Ganze sehr frustrierend. Einfach nur, weil man einem Trend folgen möchte, reicht es nicht aus. Auch School-Communities, und wir haben es analysiert, die größten School-Communities sind gegründet worden von reichweitenstarken Influencern, die im Vorfeld schon mal ein gut laufendes Business hatten und viel Reichweite hatten. Das heißt, wenn du eine School-Community gründest, ein Abo-Modell rausbringst, ist es natürlich sehr einfach, wenn du bereits eine bestehende Community hast, die du dann einfach nur rüberschiebst und dir dadurch einen neuen Revenue-Stream aufbaust, der dir wiederkehrendes Einkommen liefert. Wenn du aber jetzt ganz am Anfang bist, ist es eine School-Community aufzubauen. Genauso schwer, wie ein klassisches High-Ticket-Produkt auf die Beine zu stellen und von dort auf anzufangen, ein Coaching- oder ein Ausbildungsprogramm zu verkaufen. Also das ist die Erfahrung, die wir definitiv mittlerweile schon gesehen haben. Das heißt, die erfolgreichsten School-Communities sind also nicht einfach aus dem Nichts entstanden, und sie basieren auf einer soliden Grundlage, die über Jahre hinweg im Vorfeld schon aufgebaut worden ist. Wir haben School schon im Jahr 2022 für unsere Performance-Marketing-Ausbildung genutzt und waren damals, ehrlich gesagt, schon begeistert. Wir hatten alles an einem Ort. Wir hatten Online-Kurse, wir hatten eine aktive Community, die haben sich super untereinander ausgetauscht. Es gab Inzentivierungen, wenn Leute mehr in der Community agiert haben. Das hat super funktioniert. Damals lief das Ganze aber noch ohne Abo-Modell, aber es war trotzdem ein riesiger Mehrwert und ich würde jedem sowas in der Art und Weise empfehlen. Damals lief das Ganze noch ohne Abo-Modell und trotzdem war es für die Community und für die Ausbildungsteilnehmer ein riesiger Mehrwert. Was macht School aber so attraktiv? Erstens, School legt extremen Wert auf Community und Engagement im Fokus. Das heißt, School bringt Menschen zusammen und fördert den Austausch wie keine andere Plattform. Ich kenne vergleichbar keine andere Plattform, die so krass den Community-Fokus hat und der auch wirklich nachweislich so gut funktioniert. Du kannst Lerninhalte einfach teilen, du kannst zeitgleich nicht eine aktive Community aufbauen, die sich gegenseitig motiviert und unterstützt. Und sind wir mal ehrlich, im Bereich oder in Zeiten des digitalen Zeitalters ist es natürlich wichtig, dass wenn wir Online-Kurse verkaufen, Ausbildungen verkaufen, dass die Leute sich untereinander austauschen und dass eine gewisse Accountability untereinander entsteht. Zweitens, du hast alles an einem Ort. Mit integrierten Kalenderfunktionen kannst du Events und Meetings ganz einfach planen, organisieren und dort deinen Zoom-Link hinterlegen. Du kannst Online-Kurse platzieren, sinnvoll strukturieren und dort auch hinterlegen und gucken, wer hat sich welches Video angeschaut und wer welches nicht. Und du hast die Community, die sich untereinander, wie damals in einer Facebook-Gruppe, aber auf professionellerem und viel vereinfachterem Niveau austauschen kann. Ja, deswegen ist School meiner Meinung nach eine deutlich bessere Plattform als mittlerweile Facebook-Gruppen, Slack oder Discord, weil School einfach alle Inhalte, alle Community-Aspekte auf eine einzigartige und sehr vereinfachte Art und Weise miteinander kombiniert. Und ist natürlich für strukturierende Lernprogramme und intensiven Austausch echt unschlagbar. Und so ein Ding anzulegen, so eine Community ist echt super einfach. Das kann wirklich jeder machen. Das heißt, jeder könnte einfach eine Community gründen im Bereich Coaching, im Bereich, ich habe hier eine Ausbildung, ich habe hier ein Problem, was ich für eine bestimmte Zielgruppe löse. Im Bereich Dienstleistung kannst du eine Community aufbauen und Leute immer wieder näher an dein Produkt oder an dein High-Ticket-Programm hinten ausbilden. Ja, das Ganze funktioniert natürlich schon gut. Was finde ich aber nicht gut? Nicht gut finde ich aktuell die begrenzten Zahlungsoptionen. Aktuell unterstützt School hauptsächlich Stripe als Zahlungsanbieter. Wenn du andere Zahlungsdienstleister nutzen möchtest, kannst du das nur auf komplizierte Art und Weise über Zapier, über API-Schnittstellen miteinander verbinden. Klar kannst du irgendein Workaround finden, aber ideal ist das Ganze noch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Abo-Modell über Digistore habe, Digistore24, und möchte damit School nutzen, ist es gerade noch sehr, sehr schwer, und das ist nämlich der zweite Punkt, mal die Stornierungen automatisiert durchführen zu lassen. Ich weiß, School arbeitet da gerade dran und das wird es wahrscheinlich in Zukunft geben. Stand jetzt ist aber meiner Meinung nach die Stornierungsmöglichkeit bei Abo-Modellen, wenn du nicht die integrierte Stripe-Funktion nutzt, sehr, sehr schwer, weil du die Mitglieder alle manuell wieder entfernen müsstest, was natürlich bei einem Apparat, wie jetzt zum Beispiel bei uns, wo dann mehrere hundert Leute dort drin sind, die dann stornieren, mal reinkommen, neue kommen rein, dann stornieren die wieder, ist das Ganze natürlich sehr, sehr lästig. Warum Abo-Modelle trotzdem verlockend sind? Abo-Modelle sind natürlich trotzdem verlockend, weil man wiederkehrende Einnahmen generieren kann, ja? Und wer mag es nicht, regelmäßige Geldeingänge einfach zu bekommen? Sie geben dir finanzielle Sicherheit, sie geben dir Planungsspielraum, vor allem für dein Business und auch wir sind Freunde von Abo-Modellen und haben auch selber Abo-Modelle, ja? Du kannst mit Abo-Modellen natürlich eine stärkere Kundenbindung aufbauen. Durch den kontinuierlichen Austausch in einer School-Community, durch regelmäßigen Content, baust du natürlich eine tiefe Beziehung zu diesen Kunden aus und sie fühlen sich als Teil der Gemeinschaft und bleiben damit länger an Bord, ja? Ich habe mich in der Vergangenheit sehr viel mit Abo-Modellen auseinandergesetzt, unter anderem können wir mal einblenden, denn das Buch Retention Point ist innerhalb von knapp 100 Seiten eines der besten Bücher, die ich im Bereich Abo-Modelle, wie kannst du Leute, die jetzt die Entscheidung getroffen haben, in deine Community reinzukommen, langfristig auch wirklich beibehalten, ja? Plus, du hast natürlich die Möglichkeit, bei Abo-Modellen das Potenzial auf Upselling. Das heißt, mit einer bestehenden Community, die dich bereits kennt, die bereits deine Produkte konsumiert hat, ist es natürlich hinten raus deutlich einfacher, zusätzliche Produkte oder Services anzubieten, ja? Die Mitglieder kennen dich bereits, sie vertrauen dir bereits, was den Verkaufsprozess im Vertrieb, im Sales natürlich deutlich vereinfacht. Und Abo-Produkte sind natürlich einfach zu skalieren. Wenn dein Konzept gut funktioniert, kannst du deine Community relativ leicht vergrößern, ohne dass du deine Kosten steigern musst. Das Einzige, was du vielleicht hast, ist eine Community-Managerin, die das Ganze in Zukunft in irgendeiner Art und Weise verwaltet und du, der neuen Inhalt liefert, aber es ist relativ leicht skalierbar und du kannst mal schnell die zweifache, fünffache oder zehnfache Anzahl an Abo-Käufen aufnehmen. Und trotz all dieser Vorteile ist es aber kein Zuckerschlecken, Abos erfolgreich zu verkaufen. Aus unserer Erfahrung mittlerweile ist es wirklich so, wir haben hunderte Kunden, ja, die das Ganze auch so in der Art und Weise umsetzen. Es ist manchmal schwieriger, 50 Leute in Deutschland davon zu überzeugen, ein monatliches Abo von 100 Euro zu zahlen im Vergleich zu, ich verkaufe jetzt einmalig ein 5000 Euro Coaching oder Ausbildungsprodukt. Es macht de facto keinen Unterschied, wenn du nicht richtig stark im Marketing bist. Denn auch bei Abos und auch bei School-Communities musst du eine Methode haben, um immer wieder neue Leute dort reinzubekommen. Das heißt, du musst trotzdem verstehen, wie kannst du Webinare machen? Du musst trotzdem verstehen, wie kannst du Facebook-Ads schalten, ja, profitabel schalten. Und profitable Facebook-Ads auf ein reines, niedrigpreisiges Abo-Modell ist extrem schwer, wenn du nicht höherpreisigere Upselling-Möglichkeiten hinten raus hast, ja. Das heißt, du brauchst einen hohen Customer-Lifetime-Value hinten raus, damit sich das Ganze überhaupt rentiert. Und, also, ich habe eher die Erfahrung gemacht, ich würde Lean starten, ich positioniere mich auf ein Thema, ich habe ein Produkt, das kostet in der Regel 2.000 bis 5.000 Euro, verkaufe erstmal mein Signature-High-Ticket-Produkt und dann baue ich mir eine große Community auf und erst dann später entscheide ich, ergänzend dazu, eine Community hinzuzufügen. Aber ich würde niemals mein gesamtes Business, wenn ich jetzt Anfänger wäre, nur mit diesem Modell starten. Habe ich eine gewisse Reichweite, dann würde ich es machen, why not? Wir haben auch nebenbei eine School-Community, eine Marketing-Masterclass, die funktioniert auch super, da arbeiten wir sehr erfolgreich mit, da haben wir auch hunderte Leute drinnen für 97 Euro im Monat, die bei uns Marketing lernen, das funktioniert auch grandios, aber auch wir hatten eine bestehende Reichweite, eine bestehende Community und wir haben Liquidität, viel Ad-Spend, den wir nutzen, um diese Community zu steigern. Wenn du komplett bei Null bist und das sehe ich immer wieder auch bei Leuten, die starten und gar nichts haben, die haben dann da am Ende ihre 5 bis 10, 15 Leute drinnen, die dann 50 Euro im Monat zahlen, das ist ein Cashflow, der ist so gering, das macht überhaupt gar keinen Spaß zu wachsen, du hast gar kein Geld, um in Werbung zu investieren, weil du einfach gerade so geringen Cashflow hast, der einfach dir gar nicht dein Unternehmen sichern kann. Und dadurch, dass wir ja auch Retention-Business haben, das heißt Abo-Modelle, die Marketing-Masterclass oder auch Funny Spot, was in unserer Unternehmensgruppe mit drin ist, wir haben, also Abo-Modelle sind ein echter Marathon, es dauert Monate, bis ein stabiler Cashflow aufgebaut hat, der dir überhaupt erlaubt, weiter in Werbung zu investieren und in dein Unternehmen zu investieren, damit dein Unternehmen weiter wächst. Hier sind maximale Geduld und maximale Ausdauer gefragt. Dann kommen wir einmal kurz zum Thema Hype versus Realität. Neue Trends, alles, was neu klingt, wie zum Beispiel, oh, School-Communities sind jetzt die nächste Business-Revolution, sind natürlich aufregend und klingen oft nach einer der nächsten großen Sachen, aber ehrlich gesagt, nur weil etwas neu ist und du es in der Vergangenheit noch nie ausprobiert, das heißt das nicht automatisch, dass es für dich der richtige Weg ist. Es ist wichtig, dass du hier realistisch bleibst und den Hype nicht überschätzt und richtig einordnest und einmal schaust, wo stehst du gerade und was ist für dich jetzt die richtige Methodik, um mit deinem Online-Business nach vorne zu kommen. Wann macht ein Abo-Modell für dich Sinn? Ich habe es jetzt mehrfach schon eigentlich in diesem Video gesagt, aber ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Wenn du bereits ein stabiles und gut laufendes Business hast, kann ein Abo-Modell eine fantastische Ergänzung sein. Viele erfolgreiche Communities wurden von Unternehmern und Influencern mit einer starken Basis aufgebaut. Hast du also eine solide Reichweite und kennst deine Zielgruppe sehr, sehr genau, dann go for it, mach das und vielleicht hast du auch viel Budget beiseite, dass du Adspend hast, um sehr, sehr viele Leute dort reinzubekommen. Aber wenn du das Ganze nicht hast, dann ehrlich gesagt lass es sein. Was solltest du stattdessen tun? Falls du noch am Anfang stehst, fokussiere dich erstmal auf die Grundlagen, arbeite an deiner Positionierung, optimiere dein Marketing, lerne Marketing, lerne wie du hochpreisige Produkte über Webinare, über Workshops verkaufst. Bau dir dadurch ein hohes monatliches Einkommen fünf- bis sechsstellig auf und wenn das steht, dann hast du ja schon eine große E-Mail-Liste. Du weißt schon, wie du mit Webinaren hochpreisig verkaufen kannst, dann weißt du auch, dass du eine Community hast, an die du dann ein niedrigpreisiges Abo verkaufen kannst und das im besten Fall dann auch über Webinare, über E-Mail-Marketing und hast ja dann gelernt, über Facebook-Werbeanzeigen schon hochpreisig zu verkaufen, ja dann kannst du es auch schaffen, eine School-Community über Werbeanzeigen zu verkaufen. Was du aber als alternative Nutzer machen kannst und das würde ich auch vielen empfehlen, ist, nutz doch School als eine kostenlose Community, um Vertrauen erstmal zu deiner Marke aufzubauen, um Mehrwert für kostenlose Menschen zu liefern, die bereits noch nicht in dich investiert haben. So kannst du eine Plattform als effektiven Lead-Generierungskanal einsetzen und da weiß ich auch, da kenne ich sehr viele Unternehmer in meinem Umfeld, die das bereits machen, School-Communities kostenlos anzubieten, dort Mehrwert reinsetzen und dann hinten raus die Leute absellen über Webinare, über E-Mail-Marketing, über Direct-Messages in School auch selber, das funktioniert auch, oder über den Vertrieb, ja, das hat riesiges Potenzial und das kannst du natürlich auch jetzt schon ergänzend hinzufügen, wenn du diese Plattform unbedingt nutzen möchtest. Und ein häufiger Fehler ist natürlich zu denken, dass eine School-Community automatisch erfolgreich wird, nur weil sie neu ist und trendy ist, ja. Die Wahrheit ist aber, ehrlich gesagt, ohne bestehende Reichweite und ohne klaren Mehrwert bleibt die Community entweder leer oder bringt dir nur minimale Einnahmen. Es reicht einfach nicht aus, einfach nur einem Hype aufzuspringen und zu hoffen, dass das dir endlich diese Lösung ist für eventuell die Blockaden oder die Prokrastinationen oder die fehlenden Skills, die du hast, die du eigentlich zuerst brauchst und in die du zuerst investieren solltest. Manche Menschen glauben vielleicht, ja, okay, School-Communities bringen ihnen jetzt einen schnellen Erfolg, aber viele sehen nicht, solche Communities erfordern echt mehr Arbeit, als man denkt. Du musst ständig neuen Mehrwert liefern, du musst die Community ständig aktivieren, du musst ständig an deiner Retention arbeiten, dafür sorgen, dass die Leute langfristig in deinem Abo-Modell drinnen bleiben und wenn du dafür nicht bereit bist, das zu tun, könnte das Vorhaben schnell ins Stocken geraten und wenn du einfach nur denkst, ich möchte passives Einkommen generieren, ja, gar nicht arbeiten, einfach eine Community haben, wo die Leute mir regelmäßig Geld zahlen, dann ist das definitiv der falsche Weg und du hast jetzt die Wahl. Entweder du lässt dich von dem Hype mitreißen und investierst in eine Community, ohne die notwendigen Grundlagen zu haben oder du entscheidest dich für den strategischen Weg. Du baust zuerst Reichweite auf, gehst dann strukturiert vor, um echten Erfolg zu erzielen, lernst Webinare, lernst das Veranstalten von Workshops, damit du hinten raus höherpreisige Coaching oder Ausbildung verkaufst und dann, wenn du dieses Skillset beherrschst, setzt du ergänzend an dein Business eine School-Community in Form eines niedrigpreisigen Abo-Modells, ja. Und wenn du wissen möchtest, wie du exakt diese strategischen Elemente lernen möchtest, ja, wie du Marketing auf dein nächstes Level heben möchtest, Webinare und Workshops hochpreisig hinten raus zu verkaufen und nicht auf den Hype zu setzen oder Lotto zu spielen, dann buch dir doch jetzt ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Gemeinsam analysieren wir einmal deine aktuelle Situation, entwickeln einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan für dich, damit du nachhaltig wachsen kannst und vielleicht später eine School-Community in dein erfolgreiches Business dann integrierst. Klicke jetzt hier unten auf den Link in der Beschreibung und wir hören uns dann am Telefon.